So, weiter geht's bei uns mit was vollkommen anderem, äh, und das Ganze nennt sich Orten. Also auf Deutsch wird das Orten heißen, aber Orten was the case. Ähm, ich bin mal gespannt, auf was wir uns jetzt hier einstellen müssen auf dem Spiel. Ich bin gespannt, ähm, es ist auf jeden Fall schon mal düster, W, H, S, D und Co. Okay, klingt gut. Wir starten einfach mal direkt rein in das Game. Ähm, ah, nee, wir lassen das mal aus, lassen so was. So much we Mongo in physiology. So, wie ohne録's your love. So much we are, Dennis Yollaving. So much we are. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier wieder raus. Blauer Sand. Snuppet mir Bagensheimen. Wie war ein Nora? Ups. Upsi. Upsala. Ich sollte auf jeden Fall nicht irgendwo rausgehen, ne? Okay. Ah. Hier ist die Tür. So, zu. Äh, ja, okay. Ja, 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 ja. Aua. Hier ist. Ein Helm. Ja, bringt mir nicht viel. Ne, warte. Äh, nee. In dem Sandkasten. Wo war denn der Sandkasten? War der hier? Was stand hier? Wo soll der sein? vor der Bar? La Fiesta. Oh, oh. Oh, oh. Hier sind Schüssel. in die Nägel. Was ist denn diese Kackbar? Ja. Was ist denn diese Kackbar? Oh, da ist ja nicht viel Schimpf. Du, 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 du. Hmm, 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 hmm. Aua! Okay. Okay. Also. Ähm. Natürlich den gleichen Weg, ich nehme die nicht wieder reingegangen, aber... Das Tür kommt ja nicht. Ich gehe einfach hier rein. Vielleicht sollte ich diesen Fahrstuhl reparieren. Ja, ja, ja. Teufel. Okay. Ist es schon so weit, dass das genehmigt worden ist? Ähm. Ihr wisst, wovon ich spreche, glaube ich, ne? Ich glaube aber noch nicht. Yo, Zing. Best to hide out. Seh mir best to hide out. Klob im Swapen. Pretty high, man. Okay. Okay. Also, wir müssen jetzt einfach mal dem Hinweis nachgehen. Ähm. Okay. Was? Sie will? Ja, ja. Mein Konto. Ähm. So. Ich gehe nochmal runter. Ich hoffe, dass ich den da vom Fahrstuhl wegziehen kann. Es fehlt ein Griff. Mist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, der pennt natürlich direkt vorm Fahrstuhl, ne? So. Okay. Warte, hier hinten ist ja auch eine Treppe. Geht ja ganz woanders lang. Oh. 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 Aber auf jeden Fall Bahnschiene. Und Tunnel. Ähm. Was ist das für eine Karte? Orten? Stone On City. Genau. Das ist Orten. Okay, also, hier kommt tatsächlich ein Zug. Ähm, so, dieser Zug kommt aber leider, äh, hier vorne. Nach 10.09 ist es zu spät, genau. Tja, ähm, drücke Escape, um das Ganze neu zu starten. Okay, wir starten die Schleife neu. Wir haben dann diesen ersten Teil der Schleife geschafft. Wir gehen dann jetzt nach unten. Lalalalalala. Lalalalalala. Aber mach dir deswegen jetzt keine Sorgen, sondern hilf mir lieber einen Waggon zu besprühen, wenn ich diesen Schalter drücke, wird das Signal gerüllen und die U-Bahn kommt rein. Kapiert? Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche eine Taste. Ich brauche irgendeine Taste. Ich brauche eine Taste. F. Okay, F. Na, ey. Oh. Oh, ist das schwierig. Du bist so sehr. Oh Gott. Ich kann ihn ja gar nicht sehen spüren. Ich kann ihn nicht sehen. Okay, spring. Oh shit, er war Klaus. Ja, da liegt jemand. Ich kann ihn nicht sehen. Okay. Die Stiefel lecker. Okay. Okay. Fülle das H aus. Äh, okay. Die Minokums Oma. Okay, wo ist die denn? Hier passiert irgendwas noch. Hier passiert auch noch irgendwas. Okay. So, der wartet jetzt darauf. Dann würde ich hier raus gehen. Ich kann nicht weiterspringen. Okay. 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 Entschuldigung. Ach, es geht ja hier raus. So. Wo ist denn jetzt unsere nächste Aufgabe? Die Involvele angelt. Also irgendwo am Wasser. Wo ist hier irgendwo jemand? Irgendwo jemand angeln? Irgendwo jemand angeln? Okay. F werfen. Ah. Oh. Muss das auch können, ne? An madam, komm schon. Wir müssen hier rein. Ja! Ja! Ich habe Schuhe. Sehr schön. Okay, das lassen wir mal hier. Tschüss. Guck mal, da habe ich mich einfach so reingeschlichen. Ich kann nicht springen. Nein. Shit. Okay. Okay. Okay, das haben wir gemacht. So. Nägel? Nägel? ist er denn jetzt in wo ist er denn jetzt hin? da oben ist der schnell da ist die Omi da oben da oben oh ich hab doch in Emovie da oben da oben halloo was haben wir denn hier? ein angler eine angelschnur hier ist nun ein bild ok sonst ist hier nix ok geh mal wieder raus ist immer noch dieser Fahrstuhl abgenutzter Pinsel hier ist der Pinsel hier ist der Pinsel hier ist der Pinsel den er will ja ja das ja das das der Oder gleich wieder soweit es schnell läuft, ne? Der ist jetzt schon aus der Größe, ne? Zwei Etagen. Zwei, sieben, fünf, Null. Endlich. Okay. Oh, komm nicht. Okay. Zwei, sieben, fünf, Null. Ja, flog, dumm, Hirtel. Oh. Okay. Entschuldigung. Okay, wie komme ich denn da rüber jetzt? Moment. Über diese Lein? Das ist alles so ein bisschen kritisch, ne? Ich blicke nach innen. Ähm, okay. Irgendwo ist jetzt gerade ein Alarm. Was ist das denn, ne? Okay. 2750. Ich muss mir das merken. Oh. Oh. Okay. Und irgendwann passiert dann das. Okay. Gut zu wissen. Es ist also eine Times-Leife. Times-Leife. Ah. Okay. 2750. Für den Türcode. Okay. Also, wir müssen sie da hinten finden. Äh. Versteht nichts. Interessant. Hallo. Jenna! Okay. Nicht cool dann, Frau. Okay. Aua! 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 So, da, Herr, doch. Oh, come on. Ah, so jetzt ist er abgelenkt. Jetzt ist er ganz gut abgelenkt. Jetzt muss ich aber ganz gut wieder zeichnen können. Jetzt geht's mal. Jetzt geht's mal. Jetzt geht's mal. Bist du zufrieden? 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 Okay, ich habe hier noch einen anderen Weg gesehen, ich würde hier mal kurz gehen, hier ist ein Lager, sonst nichts weiter, schade, ich dachte hier ist ein bisschen mehr, okay. Komm, wir haben hier das Haar schon mal geschafft, ne? Okay. Ach, so. Ach Mist, ach shit. Ach shit, ja. Starten mit Checkpoint Nummer 9. Okay, gut. Gut, ja, 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 ja. So, wir müssen jetzt die Oma ansprechen. So, ich gehe hier, äh, Entschuldigung, ich kenne das schon, das muss ich jetzt nicht nochmal mir anschauen. So, wie komme ich dann zu dir hin? Hallo. So, gibst du mir mal... Ja, na, gib mir schon den Ball. So. So. So, gib mir die Schuhe. Ah, scheiße. Okay. Ne, ne, zu dir will ich jetzt nicht. Äh, 27,50. Okay. 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 Ähm... Ah, so. Tot. Oh ne, ich bin irgendwo anders. Aber ich glaube nicht da, wo ich hinwollte, ne? Doch, 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 doch. Hier müsste die Anglerin sein. Ja! Äh, im zweiten Stock und ich habe dadurch das verleimte Loch in einem Badezimmerdeckel. Okay. Okay. Ich finde die Wohnung. Ich finde die Wohnung. Klappen. Auf sich. Okay. Und da ist nichts. Oh! Oh! Jetzt wird er hier noch weg. Okay, sie hat auf jeden Fall ein Loch. Im... In der Decke. Im zweiten Stock. Warte mal, wir gucken hier nochmal rein. Ne. Okay. So. Also, ich muss in Stock 2. Moment. Ich bin fast schon. Ich bin fast schon. Ich bin fast schon. Ah! Moment. Ich geh mal hier raus. Stock 2. Hier ist ein Fenster. Komm ich aber nicht hin. Das ist aber Stock 3, ne? Ja. Das ist Stock 3. Stock 1. Shit. Ah. Okay. Ah. Stock 1. Durch die 3 ging ich grad durch. Wir gehen mal in 4. Kalt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, ich kann jetzt nichts machen, das steht fest. Also es wird gleich wieder Krabum machen. Ähm, ok, ich muss an das liegende Rohr. Äh, wir können uns das ganz kurz auch nochmal angucken. Spring durch das Loch in der Decke. Ok. Ich weiß halt noch nicht genau wie. Genau, jetzt passiert das wieder, was passiert. Und da können wir aktuell nicht viel dran machen. So, also. Wir müssen durch das lila Rohr. Mh. So. Das heißt, ich würde... So, ich würde in die Etage 4 fahren. So. Die Etage 4 war ja entsprechend... Glaube ich... Nee. Nee, war es nicht. Ja, komm. Geht nicht. Ach, die 5 funktioniert nicht. Interessant. Ah. Siehste? Hier ist ein Hinweis. Eine Debit-Card. Kapitän. Hier ist ein Safe. Hier ist ein Safe. Der zu ist. Drehendes Radsim. Obere Kante der Kandidation öffnet das Schleusentor. Das Schleusentor ist hinter dem Wasserfall. Okay. Vielen Dank, dass du geantwortet hast. Ich habe mir das schon Sorgen gemacht, dass du bereits auf der Jagd am Affen sein könntest. Ich wollte nur sagen, dass ich unter dem Fahrradkeller einen Baseballschläger gesehen habe. Und im Wäscheraum ist ein Helm. Sei gegrüßt. Okay, ich muss los. Tschüss. Hä? Gehe hinter das Schleusentor und versuche... Okay. Okay. Aber warte mal, wenn ich nicht in Etage 5 komme, ne? Moment. Huh! Dann komme ich hier raus. So. Was ist hier? Was ist hier in Etage 5? Was ist hier in Etage 5? Was ist hier in Etage 5? Okay. Nein! Ah! Halt! Was ist der Kaffee? Okay. So, und nun? Jetzt habe ich das. Moment, 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 Moment. Ich muss auf jeden Fall hinter das Schleusentor erstmal. Ah! 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 Aua! Tot. Ja, tot. Okay. Okay, ähm... Hier ist was. Ach, den hin, den ich schon kenne. Das ist blöd. Okay. Ich muss hinter das Schleusentor. Ah! Ich hätte natürlich da auch schon Fahrt studieren können, aber... Ich wollte ja runterspringen, ne? Ich wollte ja runterspringen. So. So, ähm... Hinter dem Schleusentor. Das ist alles. Ich muss nicht sagen, ich weiß, dass die Hände sind. Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... So, jetzt solltest du da lang gehen. Oder was stand da? Das Schleusentor ist hinter dem untersten Wasserfall. M U 1. Und A U 1. Ach, hier ist A.S.G. 2. Ach, hier ist A.S.G. 2. Ah, da passiert was da unten. Ich hör da was. Nee. Okay. 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 Stirrar du eller stirrar jag? Tjena zombi! Försiktig kompis! Och det är dags för fiskkalad. Krabbor, tors, mösslor, pång. Vi tar ha ett frukt. Hämmer till dig krabbor och tors, natt och mösslor och pättskick. Du, jag kommer i kontakt med Crab Island. Jo, men det är där att jag skulle nämligen ha pång. Villa snorunger! Och då tänkte jag så här när jag skulle boka min lilla ståns krabbor och slott. Vad tycker barn? Okej. Okej. Okej, det är ett tauskgeschäft. Okej. Okej. Baka sakta. Du! Du! Mmh. Okej bitte. Ich will da rangehen. Geht nicht. Okej. 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 Hm. Hmm. Du bist getrattet. Ah ne. Ok. Ok, äh, Kuh muss ich drücken. Ähm, also. Beschreibe, beschreite den Weg des Stiefenweckers. Ach, Ziggy. Ah. Stimmt. Moment. Was ist die nicht? Mist. Mist, was ist die nicht? Ah. Okay. 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 Wie komme ich denn da runter? Schlafender Affenmensch. Gut. Ich untersuche jetzt hier mal alles. Tot. Yes. Ok. Ähm. Gehe da nochmal zurück. Ähm. Ja. Uh. Aua. 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 Ich starte die Schleife einfach mal neu. find. Also, ich muss da hinter der Schleuse... Aua. 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 Inaltro. Hier Ah Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh 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 Okay Okay Safe Point Okay F um abzugreifen und F Okay Aua 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 Ich bin tot Ja Okay Das war klar Das war so klar Okay Wir gehen zum Checkpoint zurück Ähm Ich weiß noch nicht ganz wie ich da raus kommen soll Ähm Das ist grad so ein kleines Problem Ähm Das war Aber Ich habe schon Babeloo So Bada Booba So Okay Ja Ja Ein Ja 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 Okay, krieg ich mich so, dass du nicht mit. Okay. Und nun? Okay. Ab also zur Haustür. Okay. Snorvalp. 17. Jävlar... Nej. Dörrmatta. Bringt mir jetzt grad gar nichts Bringt mir jetzt grad gar nichts Okay Ähm, also Ja, besiege den Genau Was brauche ich denn dafür? Feuer? Keine Ahnung Ähm Hallo? Geht nicht Jetzt bist du einmal ganz oben, kommst du nicht weiter oder was? Ne Das nicht, okay Hey Das schreit doch schon fast danach, dass man hier reingehen soll, oder? Okay, 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 okay Ähm Also, wir sollen da unten rein, aber ich muss das irgendwie töten Ah, vielleicht mit Schuhe Das kann natürlich sein Dass ich für, dass ich dafür Schuhe brauche ich habe ihn mit decide Ich ja 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 ja, ja 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 ne ja ja Und Was ist das? Da! Eben gratis Officer? Also, der Officer geht hier pinkeln. Okay. Das heißt, wir müssen das so hier in diesem Zeitraum machen. Während er sich erleichtert. Ergiebig erleichtert. Sehr ergiebig erleichtert. Telefon. Genau, jetzt telefoniert er. Okay. 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 Jetzt hat er nichts zu tun. Okay. Also. Gut zu wissen. Okay. 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 Wohin geht der? Wohin geht der? Nee, 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 das will ich jetzt wissen. Vor allem ist fett hier ein Auto. Okay. So, bis wann läuft denn hier... ...und wird vom Auto abgeholt. Das ist hier abgeschlossen. Ähm... Genau, er... er versucht jetzt alles... Wenn ich ihm sage, da ist was, ist er beschäftigt. Das heißt, ich könnte... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe eine Idee. Ja, 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 ja. Wir brauchen ja ein bisschen Zeit. Du, Sheriff, Sheriff, Sheriff. 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 Gib mir mal kurz die Sneaker, damit ich ein bisschen schneller bin. Es geht schon schlecht los. Nein! Okay. Danke, 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 danke. So, Sheriff. Okay, er ist beschäftigt. Gehe ich jetzt hier rein? Können wir jetzt hier rein? Yo. Du, Kroam, ja, schon nice. So, und ich muss schnell malen eigentlich, ne? Und nicht hier mit der Maus, nee, 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 mit Pfeiltasten. Und dann auch noch sehr gut, vor allem. Oh, du bist noch nicht glücklich? Oh Gott. Der Kopf kommt nicht. Nein. Fuck. Okay. 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 Okay, ich gehe hier wieder. Okay. Also, wir haben wenig Zeit. Das ist so das Problem, was wir da gerade haben. Okay. 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 Hier ist jetzt eine Ratte drinnen. Warte mal, hier liegt eine Kurbel, ne? Ja. Ah! Okay. Okay, Entschuldigung. Sogleich müssen wir kommen. Wo kommt ihr? Der kommt aus der U-Bahn. Der kommt aus der U-Bahn. So. Gleich wird er festgehalten. Aber kann er nicht, weil Sheriff unten wartet. Okay. So. Ist auf einem langen Spaziergang. Kann ich hier ans Telefon? Am Ticket-Schalter? Irgendjemand ist gefesselt. Ich bin gespannt, wohin er geht. Hallo. Weil was sein kann, dass Ära dafür verantwortlich ist. Weil zeittechnisch kommt das ja vielleicht so ein bisschen hin. Weil ihm gerade die Richtung, die er geht, ne? Wotel und irgendwas da passiert ja. So. Doyen. Wie. Kas. Also. Wie. Wait. Wie. とか. Wie. 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 Das geht rein. Nein, 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 Mist, Mist, okay, 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 mach jetzt kein Mist, genau. Gern mit dem Fahrstuhl runter, darf ich aber nicht, okay, okay, wir müssen da also hin, ich weiß schon wohin. Oha. Oha. Wow, hier ist das. Okay, 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 okay. So, ich geh jetzt hier nochmal hoch. Ich geh jetzt auch gleich hier rein und guck mir das hier von einmal in Ruhe an. Was hier alles so ist. Ist nicht viel. Ist nur dunkel. Und irgendwas ist hier. Okay. Okay. Achso, wann wird der verhaftet? Ach Mist, der wird jetzt verhaftet. Oh shit. Fuck. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Der kann ja gar nicht verhaftet werden. Der kann gar nicht verhaftet werden, weil wir... Weil wir... ... das nicht gemacht haben. Shit. Falsch gelaufen. Mist. Mist, 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 Mist. Oh, das war knapp. Das war knapp. Achso, der kommt aus der U-Bahn. Moment. 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 Ach, das ist der. Ach, das ist der. Das ist der. Moment. Ja. Jetzt geht ich runter. Wäre so schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Ich bin eben Ticketschalter gefesselt, der Typ mit der Schweinermaske hat mich hier einfach zurückgelassen. Okay. So, jetzt gib mir die Schuhe. Danke. Okay. Nimm die leere Flasche mit. Ich gehe schon mal vor. Ich weiß ja, wohin wir müssen. Okay. 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 Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt hier vorhaben. Ich weiß, er geht hier hin. Ich weiß. So. Mann, jetzt keine Angst, jetzt keinen kleinen Ärger. Wir warten nur noch auf das Signal. Okay. Also, wir wissen, wir sind jetzt hier. Mr. Schweinekopf. Der Schwein ist unterwegs zum Bubons Geschäft. Er nimmt sich die Kurbel und am Langschlussiegeln bleibt ungestört. Und jetzt warten wir. Es ist ja nicht mehr lange. Hier gleich passiert es. Um 17 Uhr nach. Aber was? Wir gucken. Wir warten. Was passiert? Und wir warten. Was wird passieren? Alarm. 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 das dann anzustrengen und das in 12 Minuten zu lösen, wie es denn funktionieren mag. Ich wünsche euch viel Spaß mit Orten hier in diesem wunderschönen Spiel. Schaut es euch gerne an. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Break und schauen uns dann nochmal ein kurzes Spiel an, was das sein wird. Seht ihr gleich, bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich.